ich sitze fest dann halt 3 gerückt punkte sammeln ja das kann man ja nicht wasser wie kann man denn außen lang fahren gar nicht simpel eigentlich über die zeit hallo starkkiller renne willkommen vom kanal alles klar bei dir halli hallo guten morgen ich warte mal auf die seiker das uns lebschen ich mach platz da sind nicht mal vorzauber reisen funktionieren warum gibt mein bein ungefähr ja moment ich muss gerade mal nochmal den commander gucken genau mehr anlauf mehr anlauf von dahinten am besten weiter 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 mich hätte noch mehr anlauf genommen also ich wäre jetzt fertig ich warte auf seiker ich habe es geschafft da rückwärts geht auch auch ich war falsch ich glaube man merkt so langsam dass wir ein bisschen lang erwachsen konzentration gleich null definitiv eine wahrnehmung wie einer mit drei promille alter schwede auch Warten wir dann aber noch aufs Seike bevor wir ins Stil fahren, ne? Der zweite müsste theoretisch nur warten. SDVO? Straßenverkehrsordnung. Straßenverkehrsordnung. Ach so. Oh. Mein Wecker klingelt. Warum klingelt denn Wecker? Keine Ahnung, weil das Handy irgendwie einen geistigen Schaden hat. Oh. Das kann durchaus sein, dass ich mich nicht an die Straßenverkehrsordnung halte. Es ist auch gerade ein Rennen und deswegen halte ich mich auch gerade nicht an die Straßenverkehrsordnung. Das kann durchaus passieren, dass ich tausend fünf Unfällen verursache. Das ist mir dann relativ. Ob ich Ärger mit der Polizei bekomme? Ein junger Mann. Das ist lustiger, schaffst du es nicht? Gesundheit. Def Jam, Schnauze. Ich werde noch sehr viele Unfälle verursachen. Die fühlt sich schief. Sehr viele Unfälle. Ja, so gut es auch. Und ähm... Warten wir noch bis die Seike auch drüben ist, bevor wir reinfahren, ne? Ups. Du überschlägst dich eh, die ist drüben. Ich finde, das sieht alles auf der Karte so aus. Ups. Was hab ich denn da? Ja, ich bin sehr sehr gut versichert. Ich habe die teuerste von teuerster Versicherung. Und wenn ich möchte, muss ich nur einen Anruf tätigen. Oder lässt die Polizei mich auch in Ruhe. Alter Schwede. Alter. Tücher, ich bin für eine Seite so betalt. Ups. 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 Da drin ist gemeingefällig. Da haben sie rechte, haben sie rechte. Was machen wir jetzt? Äh, hier... Verwandlung, Abkopplung, Nicht... Ups. Ne... ,... und mir dann so und dementsprechend auch nicht so schnell die kopf von dem hals sind könnten die eventuell richtig ärger mit mit der staatsanwaltschaft bekommen ich habe nämlich was gegen der polizei in der hand danke 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 für den follower gta kannst du eventuell hallo und jetzt schon kommen auf meinen kanal könntest du eventuell den billy tucker 5 auch ein follower da lassen das wäre super super lieb von dir ich glaube jetzt ist der t20 da guck mal könnte auch für nichts 80 ja der ist da der t20 ja sicher nicht musst du weiter weiter weil du blind bist aber nach streusel vielen lieben dank mt star vielen lieben dank vielen lieben dank alex willkommen der want-up army billy took her 5 kommt der schon warte die dame war nicht aktiv okay jetzt ich werde gleich mal jemanden hier sperren und zwar bannen wieder so ein kleiner witz gold ja der meint ja ich hab's gelesen ich hab's gelesen ich bin der leben würde die one amt army one amt army junger mann ich werde gleich die polizei rufen ich hab's aber links gelenk heißt das rennen nicht verkehr ist wenn es knallt warum haben wir dann kein verkehr das ist eine ich kann dir ruhig sagen warum dass die want amt army heißt und zwar der billy took her 5 hat nämlich nur eine hand ich kann dir gerne sagen warum das die want amt army heißt der billy took her 5 hat nämlich nur eine hand soja doch schön und sagt ja glaube jetzt nicht mal sind ich hab nur trotz der herr ich hab gerade dreimal auf die taste gedrückt zum gas geben nix kam sag mal nein ok bye bye gta danke dass du reingeschaut hast ja das fragen sich viele so was fragen sich wirklich sehr viele aber es funktioniert ich sehe es ja auch es war ein super super countries Da weißt du, jetzt wird ich auch wohl langsam wieder wach hier, ne? Aber ich denke mal um fünf... Guten Morgen, Andi! Du hast wieder runter mit der Wachsamkeit. Wie lange geht denn das noch? Wie geht's denn dir, Andi? Die ist zwar krachig da nicht runter, du. Ich werde aber jetzt auch so langsam wach, ne? Ich glaube, ich habe so langsam die Müdigkeit. Du bist halt nach fast 14 Stunden echt ermüdend geworden. Ja. 100. Ich habe vorhin das ist echt 24 Stunden durchgezogen. Meine Augen werden, glaube ich, morgen ausgefallen. Du Penner! Ich muss niesen. Du holst mich jetzt eh wieder, von daher ist das eh nicht schlimm. Ja, die Karate... Ja, die Karate... Die Karate... Knorke 3! Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Alles klar bei dir? Ja. Vielen lieben Dank für den Follower! Willkommen in der Wundamt-Army! Oh yeah! Ich muss nur sagen, ich habe erst bevor so dazugelernt. Ich will Vollgas in die Kuchen gehen. Lässt dich freiwillig überholen, Alter! Ist denn schlimm? Wie ist denn los mit dir? Ähm, Punkte sammeln. Es geht darum, nicht um Punkte sammeln, sondern die Treue, die du uns schenkst. Solange du uns treu bleibst, könntest du dann eventuell auch in die Wundamt-Army beitreten. Oder, Billy? Ja, bei mir sind auch schon die Ränge eingestellt. Müssen wir bei dir auch noch so machen. Ich warte auf die Säge. Ja, ich muss das alles noch einstellen. Ich werde das alles bei dir kopieren und auch bei mir einfügen. Sie fliegen! Knurke, Knurke 3. So, ich werde jetzt einen bestimmten Benutzer mal bannen, weil das gegen Hurricanes, keine Ahnung was bannen. Hat er wieder was geschrieben? Nein, aber ich werde den bannen, damit er sowas nicht nochmal machen kann. So, gebannt. Oh, 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 oh. Weil es steht ja nicht umsonst keine sexistischen Bemerkungen, ne? Äh, was hast du denn? Verwandlung, Looping? Hört sich mal krass, äh, zersippen dann. Hört sich mal Knurke an. Ich bin richtig Knurke, müde. Ja, geil. Ich hab schon wieder gleich keine Kippen mehr, alter, ich könnte kopsen. Tja. Ich rauch echt wie sowas beim Zocken, ne? Ja, aber schuld. Billy, ich sehe deine Käppi hier im Hintergrund. Und das ist die Käppi von Billy. Ah, die mir heute Kopfschmerzen bereitet hat. So, äh, eigene Fahrzeuge machen wir mal aus. Ähm, Windschatten auf und lassen wir an, ne? Ne, in Kampfhandlungen wirst du nicht verwickelt werden. Oder was? Kein Kontakt, am besten. Kontakt ist doch geiler. Ist doch witziger. Irgendwann ein bisschen mehr Spannung getrennt. Äh, ja, das stimmt, aber das Wort ist auch, äh, gesperrt im Kanal. Bei Verwandlung, ja, werden wir haben oder nicht haben. Ich sehe es ja, was du hast, äh, Saluna, Saluna, Kaluna. Ähm, also derjenige hat das Netz geschrieben. Äh, Seika. Headset. Bei dir. Bei dir. Achso. Vorhin gerade sagen wir, was ich gesagt habe. So. Oder bist du das, Dev Jam? Nein. Welche Karamehchen jetzt? Äh. Wen nehmen wir alle? Nehmen wir alle eine, ne? Irgendwas genommen, diesen Rennwagen. Trofade Nero, Kasten, keine Ahnung, was die Karamehchen ist, ich nehme die einfach. Äh, das ist, äh, Kasten Bugatti. In echt. Ne, definitiv nicht, das geht ganz und gar nicht. Ich bin einfach ganz und gar nicht. Ich bin einfach ganz und gar nicht. Vielen Dank.